Mein heutiger Gast ist Frau Prof. Dr. Michael Ax-Gardermann. Frau Dr. Ax-Gardermann ist Fachärztin für Sportmedizin und Dermatologie. Sie beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Darmflora. Schon während ihrer Ausbildung zur Hautfachärztin hat sie Studien durchgeführt, vor allem im Kontext Darmflora und Hauterkrankungen, sowas wie Neurotermitis und Schuppenflechte. Allerdings gab es damals nur wenig Möglichkeiten zur Bestimmung der Darmbakterien und der Erkenntnisstand war Welten von dem entfernt, was wir heute wissen. Wir sprechen in dieser Folge über die Bedeutung der Darmflora für die Gesundheit, das Immunsystem und ihren Einfluss auf diverse Erkrankungen. Außerdem besprechen wir die beste Strategie bei Antibiotika-Einnahme und welche Top-Lebensmittel die kleinen Untermieter so richtig glücklich machen. Für mehr spannende Interviews und Videos abonniere meinen YouTube-Kanal. Du findest das Audio-Podcast auch auf iTunes und Spotify. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge. Alles, was du über Keto, Loca und Palio wissen musst. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit. Präsentiert von Julia Tulipan. Liebe Frau Dr. Ax-Gardermann, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Sie als Gast begrüßen darf. Und Sie sind seit vielen, vielen Jahren tätig, vor allem im Bereich Darm, Darmflora, Darmgesundheit, viele Bücher dazu geschrieben. Und es ist auch ein Thema, das eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich an, wie soll ich sagen, an die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Ist ja auch doch irgendwie ganz lange eher so das hässliche Entlein der Medizin gewesen. Und an der anderen einfach auch nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, das sich ja in den letzten Jahren wirklich stark geändert hat. So viele Studien kommen zum Thema Mikrobiom, Darmgesundheit raus. Bevor wir aber so richtig ins Thema eintauchen, würde ich Sie gerne bitten, dass Sie ein bisschen was über sich erzählen. Und vor allem, was hat Sie dazu gebracht, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen? Ja, also das Thema Gesundheit insgesamt, das beschäftigt mich eben seit meinem Studium. Und mir war es immer wichtig, Gesundheitsthemen oder auch Krankheitsthemen so verständlich darzustellen, dass auch derjenige, den es betrifft, das gut verstehen kann. Und das Thema Darmflora, das hat mich schon sehr, sehr lange interessiert. Also ich bin unter anderem auch Hautfachärztin und während meiner Weiterbildung zur Hautfachärztin habe ich mehrere Studien durchgeführt zum Thema Darmflora. Das war schon vor über 20 Jahren. Damals gab es natürlich bei weitem noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Das heißt, wir mussten Stuhlproben auf Nährböden ausstreichen. Und da sind dann nur ganz, ganz wenige Keime gewachsen. Wir wissen, dass heute viel, viel mehr Keime im Darm sind. Und die wir inzwischen analysieren können. Und deshalb ist bei diesen Studien auch wirklich nicht so sehr viel herausgekommen. Und wie Sie schon eingangs erwähnt haben, lange Zeit war eben einfach dieses Thema Darmflora und Darmgesundheit so ein bisschen ein Randthema, das eher von Naturheilmedizinern oder Heilpraktikern besetzt war. Seit ungefähr 2005 gibt es die Möglichkeit, die Darmflora viel exakter zu untersuchen. Und in dieser Zeit oder ein paar Jahre später habe ich natürlich wieder begonnen, mich noch mal intensiver mit dem Thema, das Thema noch mal aufzugreifen. Und ich bin dann auch selber erkrankt, 2014, 2013 und musste neun Monate lang Antibiotika nehmen. Und da war das Thema natürlich für mich dann auch persönlich wieder aktuell. Und ansonsten forsche ich an der Hochschule in Coburg zusammen mit dem Studiengang Bioanalytik zum Thema Darmmikrobiom und Hautmikrobiom. Und da haben wir ganz viele spannende Erkenntnisse gewonnen. Super, super spannend. Also da gibt, wie Sie sagen, da hat sich ganz viel getan und wird sich eben auch noch sicherlich ganz, ganz viel tun. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einerseits das Spannende, auf der anderen Seite vielleicht auch das Frustrierende für viele Betroffene, dass noch, dass vieles noch nicht in Stein gemeißelt ist und dass auch dauernd neue Erkenntnisse dazukommen. Und man bei vielen Sachen, glaube ich, sagen muss, wir wissen es noch gar nicht so genau. Jetzt haben Sie schon angesprochen, einerseits, dass es natürlich mit der Haut, also dass da auch ein starker Zusammenhang besteht zwischen der Darmgesundheit oder der Gesundheit des Mikrobioms und der Haut. Aber bevor wir quasi jetzt in dieses Thema hineintauchen, denke ich gerade nach, während ich diese Worte sage, dass es vielleicht ganz gut wäre, ein bisschen Begriffserklärung zu machen. Weil man hört Darmflora, Mikrobiom, Bakterien. Ist das alles das Gleiche oder was kann man da unterscheiden? Nicht ganz, geht aber in eine ähnliche Richtung. Also Darmflora ist so der klassische Begriff, den man früher verwendet hat. Ich finde den eigentlich immer noch ganz schön, ganz passend. Unser Darm ist das größte Ökosystem, das es auf dieser Erde gibt. Wir haben 100 Billionen Bakterien, die dort in einer engen Gemeinschaft leben. Und ähnlich wie man auch für die gesamte Pflanzenwelt den Begriff Flora verwendet, finde ich deshalb passt dieser Begriff für das Ökosystem Darm eigentlich ganz gut. Aber der modernere Begriff ist Mikrobiom, der umfasst die Gesamtheit unserer Bakterien im Darm. Aber wir haben auch ein paar Viren, ein paar Pilze im Darm. Das wird alles da mit einbezogen. Und von besonderer Bedeutung sind aber nicht unbedingt die Pilze oder die Viren in unserem Darm, sondern die Bakterien. Das ist die größte Masse an Mikroorganismen in unserem Darm. Die verstoffwechseln Nahrungsbestandteile und bilden Netzwerke untereinander. Und können so eben nicht nur unsere Darmgesundheit, sondern die Gesundheit unseres gesamten Körpers beeinflussen. Also auch nicht nur der Haut, sondern auch des Gehirns, des Nervensystems. Sie haben Einfluss auf Autoimmunerkrankungen, Herzkreislauferkrankungen, Gewicht, Diabetes. Die Liste, die ist unendlich lang. Weil Sie das gerade ansprechen, lässt sich da, ich meine jetzt grob oder lässt sich da irgendwie erklären, wieso ist die Darmflora so wichtig für uns, für unsere Gesamtgesundheit? Und wieso hat es auf so viele Erkrankungen oder Symptome, die Sie gerade genannt haben, einen Einfluss? Ja, die Darmflora erledigt Arbeiten für uns, die unsere Körperzellen nicht erledigen können. Also die Darmflora versorgt uns mit 100 Mal mehr Erbanlagen, als wir selber besitzen. Das heißt, wir lagern im Prinzip einen Teil der Arbeit, die unser Körper verrichten muss, aus in die Darmflora. Und die Darmflora produziert viele Stoffe, Eiweißstoffe, Aminosäuren, Nervenbotenstoffe, die nicht nur im Darm bleiben, sondern die eben über den Blutweg jede Zelle des Körpers erreichen können. Die dann dort verwendet werden, um Herzzellen aufzubauen, um die Übertragung im Nervensystem zu verbessern, um unsere Psyche zu optimieren oder uns glücklich zu machen. Und deshalb hat eben die Darmflora einen ganz, ganz weitreichenden Einfluss. Auch über das Immunsystem. Also die Darmflora kommuniziert im Prinzip über die drei wichtigsten Informationssysteme unseres Körpers, mit dem gesamten Organismus, über das Immunsystem, über das Nervensystem und über das Hormonsystem. Ja, das ist, ich glaube, das ist einfach so gewaltig. Und man sieht auch daran eben so schade, dass man lange Zeit den Darm ja sehr vernachlässigt hat, in dieser Gesamtbetrachtung des Menschen. Und auch die Darmflora, man hat das ja immer irgendwie mehr so gesehen wie, ja, das sind halt, weiß nicht, so die Resteverwerte im Wesentlichen, die noch ein bisschen, gerade noch ein bisschen Ballaststoffe verstoffwechseln oder so. Und vielleicht dann kam noch das, ja, und nach und nach kam dann, dass da vielleicht doch das eine oder andere, die Aminosäuren, noch produziert werden. Und erst jetzt weiß man, wie wichtig sie sind, wie Sie das gerade so schön erklärt haben. Und natürlich auch für die Gesundheit des Darms ja selbst, oder? Ja, natürlich, genau. Eine gesunde Darmflora ist zunächst natürlich zuständig für die Gesundheit des Darms. Sie spielt eine Rolle bei Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie Colitis ulcerosa zum Beispiel, oder bei Reizdarmsyndrom. Also weiß man, dass die Darmflora da gestört ist, verändert ist, und das dann natürlich Krankheiten mit begünstigen kann. Und darüber hinaus eben mit der große Einfluss auf den gesamten Organismus. Ja, gewaltig. Das heißt eigentlich, wahrscheinlich, wenn man es sich dann unten drunter anschaut, gibt es wahrscheinlich kaum eine der großen Zivilisationskrankheiten, die irgendwie nicht mit dem Darm zusammenhängen, oder? Ja, also man weiß, dass der Darm eben das metabolische Syndrom beeinflussen kann. Also die Darmbakterien haben Einfluss auf den Blutdruck, auf den Fettstoffwechsel, auf unser Gewicht, auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch auf neurodegenerative Erkrankungen, wie Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose. Also Krankheiten, wo die Wissenschaft in den letzten Jahren auch gar nicht so ganz große Fortschritte gemacht hat, weil man vielleicht bisher die Darmflora zu wenig berücksichtigt hat. Man muss natürlich auch sagen, die Darmflora ist nicht für alles ungemacht, das uns zustößt, verantwortlich, aber sie spielt halt sehr, sehr häufig eine Rolle. Und diesen Anteil, den soll man beachten. Ja, auf jeden Fall. Man kann das nie auch auf nur einen Aspekt runterbrechen. Das ist ja immer multifaktoriell, aber ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und ich bin froh, dass es jetzt mehr Aufmerksamkeit auch bekommt und die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Es ist ja die Sache, einerseits all diese Dinge, die Sie erwähnt haben, es betrifft ja auch ganz viele Menschen, metabolisches Syndrom sowieso, Diabetes, auch die neurodegenerativen Erkrankungen. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, gut, wenn ich von einer dieser Krankheiten oder Dinge betroffen bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Mikrobiom, mein Darm nicht in Ordnung ist. Aber jetzt möchte man ja doch dann vielleicht auch irgendwie messen oder man möchte ja auch schauen, wie stark ist oder was ist da alles durcheinander. Und vor allem, denke ich, ist es ja auch wichtig für eine eventuelle Therapie oder auch einen Verlauf zu sehen. Deswegen ist es ja so schön, wenn man irgendwas testen oder messen kann, weil ich dann sehen kann, haben die Maßnahmen, die ich treffe, auch einen Effekt. Jetzt haben Sie schon eingangs erwähnt, es ist nicht mehr ganz so mühsam wie vor 20 Jahren. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten und auch standardisierte Tests. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Was wird da so getestet? Gibt es da was, wo Sie sagen, das macht gar keinen Sinn oder das muss man auch differenziert betrachten? Ja, also bei der Darmfloraanalyse oder der Bestimmung des Mikrobioms werden heute mit modernen Methoden die Bakterien nachgewiesen. Früher mussten die Bakterien auf einem Nährboden wachsen. Das heißt, nur manche Bakterien konnten überhaupt außerhalb des Körpers existieren. Da war die Ausbeute relativ gering. Heute analysiert man genetische Merkmale der Bakterien und kann dadurch Rückschlüsse ziehen, was sich alle so in unserem Darm befindet. Und ich werde relativ häufig gefragt, ist denn eine Darmfloraanalyse immer sinnvoll und immer wichtig und notwendig und so weiter. Und dazu kann man sagen, wenn ich Beschwerden habe, bei denen die Darmflora eine Rolle spielen kann, dann ist es durchaus sinnvoll, eine Darmfloraanalyse durchzuführen oder eine Mikrobiomuntersuchung, um zu schauen, inwieweit denn die Darmflora wirklich an dem Geschehen beteiligt ist. Und das ist umso notwendiger, wenn zusätzlich zu den Beschwerden, die ich habe, noch Darmbeschwerden kommen. Also Bauchschmerzen, Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten und so was. Da aber die Darmflora auch sich verändert, bevor eine Krankheit auftritt, wäre es natürlich optimal, wenn man, ähnlich wie man sich jedes Jahr mal vielleicht ein Blutbild machen lässt, in regelmäßigen Abständen das Mikrobiom untersuchen lässt, um eben einfach festzustellen, ob da Veränderungen sind, die vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr zu Übergewicht führen oder zu Autoimmunerkrankungen und dann, bevor etwas passiert, präventiv gegenzusteuern. Das ist natürlich eine Kostenfrage, wobei die Analysen inzwischen deutlich günstiger geworden sind. Also weit unter 200 Euro sind solche Analysen inzwischen erhältlich. Aber dennoch ist es auf jeden Fall sinnvoll und notwendig, wenn Krankheiten bestehen. Und schauen Sie sich da wirklich nur die Bakterienzusammensetzung an oder gibt es da auch andere Marker, die dann noch mit auch betrachtet werden? Ja, wir haben selber auch Tests entwickelt. Also man schaut sich natürlich die Bakterien an, aber es gibt auch Marker, die zum Beispiel für die Darmbarriere wichtig sind. Und Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin, also kann man schauen, ob die Darmbarriere intakt ist oder eben auch eine Ursache für die Krankheit, also eine Darmbarriere-Störung als Ursache für die Krankheit in Frage kommt. Man schaut, ob Nahrungsmittelreste im Stuhl sich befinden, kann dann auch Rückschlüsse auf die Ernährung ziehen. Es werden auch die Pilze angeschaut. Also man kann so diese Gesamtheit der Bakterienlandschaft betrachten. Und es gibt auch bestimmte Marker, die zum Beispiel für Übergewicht sprechen. Das ist das Verhältnis der dickmachenden Firmicutes zu den schlankmachenden Bakteridetes-Bakterien, also der sogenannte Schlankindex, der auch bestimmt werden kann. Also man kann ihn auch isoliert bestimmen lassen, wenn es nur um die Frage des Übergewichts geht. Und wie schnell lässt sich sowas dann verändern, also die Mikrobiom, die Zusammensetzung? Ja, da sollte man sich einige Monate für Zeit nehmen. Also man weiß, dass eine Veränderung der Darmflora der Erkrankung um ein halbes Jahr oder ein Jahr oft vorausgeht. Also da hat man Studien gemacht, wo man besonders risikoanfällige Patienten regelmäßig untersucht hat und hat gemerkt, bevor die Krankheit, Diabetes, Allergien, Neurodermitis, bevor das wirklich auftritt, hat sich ein Jahr vorher schon die Darmflora verändert. Man weiß aus anderen Untersuchungen, dass zum Beispiel Antibiotika-Einnahmen die Darmflora so verändern, dass sie zu Übergewicht führen können. Aber auch erst ungefähr ein Jahr später. Das heißt, die Darmflora, von der Veränderung der Darmflora bis zur Krankheit dauert es ungefähr ein Jahr. Und deshalb würde ich empfehlen, mindestens ein halbes Jahr mich sehr gut um die Darmflora zu kümmern, um zu schauen, ob da wirklich eine Wirkung erzielt werden kann. Und diese, dass sich um die Darmflora kümmern, bedeutet nicht nur Präparate einnehmen, wobei man natürlich mit einem guten Synbiotikum oder einem guten Probiotikum ganz viel und auch relativ schnell erreichen kann. Aber die Grundlage, die Ernährung, die darmfreundliche Ernährung, die muss stimmen, damit die Bakterien überhaupt eine Chance haben, aktiv zu werden und sich vielleicht auch anzusiedeln. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein großer Freund von Testen bin. Denn ich bin der Meinung, dass nur was ich teste und was ich messbar mache, ich auch durch entsprechende Maßnahmen beeinflussen kann. Alles andere ist quasi auf gut Glück im trüben Wasser fischen und hoffen, dass man zufällig einen Fisch erwischt. Aus diesem Grund möchte ich euch die Bluttest für zu Hause von 4U vorstellen. Das Motto von 4U lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. Einfach und bequem Bluttests und Stuhluntersuchungen von zu Hause aus machen. Die Ergebnisse deiner Blut- oder deiner Darmanalyse kannst du dann ganz bequem von zu Hause aus online abrufen. Die Darstellung der Ergebnisse ist einfach, gut aufbereitet und du bekommst konkrete und individuelle Handlungsempfehlungen. Nutze diese wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper wieder in Balance. Mit dem Gutscheincode JULIA10 bekommst du 10% Rabatt auf alle Tests. Mehr Informationen zu 4U, den Tests und auch den anderen Produkten, die 4U noch anbietet, findet ihr auf 4u.ehealth.de. Da wären wir jetzt sozusagen bei ein paar Stichpunkten, wo ich gleich einhaken möchte. Bevor man nämlich, ich würde gerne einerseits über was sind Prä- und was sind Probiotika überhaupt ganz kurz klären. Und dann die Antibiotika-Frage gerne und dann noch weiter, was nährt denn sozusagen unsere Darmflora wirklich? Beziehungsweise, was ist vielleicht ganz, ganz nicht sehr vorteilhaft dafür? Also vielleicht erst mal Prä-Probiotika. Was ist das genau? Genau, Prä-Biotika, das sind unverdauliche Ballaststoffe, die von unseren Verdauungsenzymen nicht aufgespalten werden können. Die gelangen also unverdaut in den Dickdarm, wo sich dann die Bakterien befinden und die werden dort von den Bakterien zersetzt. Und daraus entstehen dann eben viele Stoffe, die in unserem Körper Gutes tun. Also bestimmte Fettsäuren, Vitamine, Hormone, Nervenbotenstoffe. Die werden aus diesen präbiotischen Ballaststoffen gebildet. Und die präbiotischen Ballaststoffe sind auch im Prinzip Bakterienfutter. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sich gesunde Bakterien vermehren können, sich ausbreiten können. Und dadurch verhindert wird, dass Bakterien, die wir nicht im Darm haben möchten, dass sie sich leicht ansiedeln können. Probiotika. Unter Probiotika versteht man Bakterien, die einen gesundheitsfördernden Aspekt haben. Man findet sie in vergorenen Lebensmitteln wie Joghurt, Kefir, Quark, Sauerkraut, Kimchi und so weiter. Und es sind meistens Milchsäurebakterien, können aber auch Bifidobakterien oder andere Bakterien sein. Und diese Bakterien, die kann ich auch direkt zuführen. Also da kann ich auch direkt ein Präparat nehmen und die ergänzen, wenn die in meinem Darm fehlen. Als Synbiotika bezeichnet man eine Mischung aus präbiotischen Ballaststoffen und den passenden probiotischen Bakterien. Also man gibt dann gleich die Bakterien zusammen mit dem Futter. Genau, die kriegen einen Probiant mit auf die Reise. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass quasi, wenn ich gar nichts am Ökosystem quasi ändere und einfach Bakterien reingebe, dann wird das vielleicht nicht unbedingt so viel nützen, oder? Wenn ich das Lebensumfeld nicht entsprechend vorbereite. Genau, es gibt ja einen Grund, warum mir diese Bakterien fehlen. Das kann natürlich sein, dass ich Antibiotika genommen habe, mich aber eigentlich sehr gut ernähre. Dann siedeln die, dann regeneriert sich die Darmflora relativ bald wieder. Wenn ich aber selber so ein bisschen Schuld daran habe, durch meine Ernährung, aber auch zum Beispiel durch zu viel Hygiene oder durch Medikamente, dass die Darmflora in einem relativ schlechten Zustand ist, dann haben die Bakterien, die ich von außen zugebe, nicht so gute Chancen, wirklich heimisch im Darm zu werden. Das heißt, ich würde schon sagen, man muss das Umfeld verändern durch eine gesunde Ernährung mit vielen präbiotischen Ballaststoffen, mit gesunden Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren und so weiter, Pflanzenstoffen. Dann siedelt sich die Darmflora auch gerne an. Jetzt ist ja gerade, wie gesagt, würde mich interessieren, was da Ihre Meinung dazu ist, gerade in Bezug auf zum Beispiel Gluten oder Lektine. Sehen Sie das auch als problematisch oder in Ihrer Erfahrung eher nicht? Also Gluten in Maßen ist meiner Meinung nach unproblematisch. Wenn ich keine Glutenunverträglichkeit oder eine Zöliakie habe und keine Beschwerden habe, dann ist das in Ordnung. Allerdings weiß man, dass Gluten bei empfindlichen Menschen die Verbindung zwischen den Darmzellen lockern kann. Die sogenannten Tight Junctions, die also wie Druckknopfverbindungen die einzelnen Darmzellen miteinander verbinden. Und dass dann gerade bei empfindlichen Personen und bei einer sehr hohen Glutenzufuhr tatsächlich ein Leaky Gut-Syndrom mit begünstigt werden kann. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht alleine an Gluten liegt, sondern wahrscheinlich eine Mischung ist aus einer gestörten Darmflora, einer insgesamt zu ballaststoffarmen Ernährung und eben einer Ernährung mit viel Weißmehlprodukten, die eben dann einfach automatisch auch viel Gluten liefern. Aber Gluten hat tatsächlich so bei manchen Menschen einen direkten Einfluss auf diese Verbindungen und auf die Darmbarriere. Ja, das fand ich jetzt nur interessant auch aus Ihrer Erfahrung, weil ja doch, es gibt sich da auch natürlich geteilte Meinungen und es ist sich, finde ich, auch immer ganz gut, ein bisschen einen differenzierten Blick darauf zu haben. Und, aber auch so als zweiten Punkt fände ich, was werden, ich meine, Sie haben es schon ein bisschen erwähnt, die Weißmehlprodukte oder so, aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, diese Sachen würden Sie sehr kritisch betrachten oder eher als nicht vorteilhaft für eine gesunde Darmflora sehen? Und was wäre so ein, ja, die fermentierten Sachen haben Sie schon erwähnt, aber gibt es noch irgendwie sowas, wo Sie sagen, das ist wirklich eine der besten Nahrungsquellen sozusagen für unsere Untermieter? Ja, ich würde sagen, es gibt nicht eine gute Nahrungsquelle. Also ein ganz, ganz wichtiges, wenn auch banal klingendes Kriterium für eine gesunde Darmflora ist Vielfalt. Also wenn ich ganz viele unterschiedliche Bakterien in meinem Darm beherberge, ist das schon mal eine ganz tolle Voraussetzung, um über den Darm gesund zu bleiben. Und vielfältige Darmflora erfordert vielfältige Ernährung. Das heißt, natürlich ist die Grundlage eine pflanzenbasierte Ernährung mit vielen pflanzlichen Ballaststoffen. Hier sollte man die Präbiotika beachten. Nicht jeder Ballaststoff ist präbiotisch, kann also von den Bakterien verarbeitet werden. Und diese Präbiotika, die findet man in allen Lauchgemüsesorten, also Schnittlauch, Knoblauch, Zwiebeln, Porree und so weiter, in Haferflocken, in Tiefchensalat, Cranberries. Also es gibt ganz viele tolle Sachen. Im Moment Spargelzeit, also auch Spargel ist präbiotisch. Das funktioniert also ganz gut. Daneben weiß man, dass Omega-3-Fettsäuren der Darmflora gut tun. Omega-3-Fettsäuren aus fetten Fisch, Lachs, Makrele, Hering oder auch aus Pflanzenölen, Leinöl, Rapsöl zum Beispiel. Und interessant und wichtig für die Darmflora sind die Polyphenole, also bestimmte Pflanzenfarbstoffe, die in dunkel gefärbten oder intensiv gefärbten Nahrungsmitteln enthalten sind. Und deshalb ist eben auch Kaffee für unsere Darmflora gut oder dunkle Schokolade, Rotwein. Also das sind alles polyphenolhaltige Nahrungsmittel, die man vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, wenn es um gesunde Ernährung geht. Aber die der Darmflora durchaus auch gut tun. Daneben eben auch natürlich dunkle Beeren und intensiv gefärbtes Gemüse. Das heißt, die darmfreundliche Ernährung, die ist gar nicht so eintönig oder so langweilig. Die ist durchaus abwechslungsreich. Sie hatten auch die fermentierten Nahrungsmittel noch erwähnt. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, der braucht auch nicht unbedingt auf fermentierten Joghurt zurückzugreifen, sondern auch diese Nichtmilchprodukte, also Kokosjoghurt und so weiter, die werden auch mit Bakterien fermentiert und enthalten dann eben auch die gesunden Stoffe. Auch in eine darmgesunde Ernährung, da dürfen auch ab und zu mal Ausrutscher passieren. Ja, mal ein Hamburger am Wochenende oder eine Pizza oder was auch immer. Das ist überhaupt kein Problem, wenn die Grundlage stimmt. Also man muss bei der darmfreundlichen Ernährung nicht unbedingt auf etwas verzichten, sondern man sollte darauf achten, ausreichend von Präbiotika, Polyphenolen und den gesunden Fettsäuren zuzuführen. Und der Rest, da darf man dann auch ein bisschen sündigen. Das heißt, die verzeiht auch mal die Darmflora. Die Darmflora verzeiht viel. Die ändert sich auch sehr schnell. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mich jetzt zehn Jahre miserabel ernährt, aber ab heute geht es in eine andere Richtung, dann kann man innerhalb von einer Woche schon Veränderungen der Darmflora nachweisen. Also man kann dann feststellen, dass die Vielfalt zunimmt, dass bestimmte entzündungshemmende Fettsäuren mehr produziert werden. Und das geht sehr, sehr schnell. Das gibt ja dann Hoffnung auch, dass man sieht, dass es auch sehr, sehr schnell wieder dann in die richtige Richtung gehen kann. Jetzt ist man ja doch, manchmal kommt man nicht drum herum und man muss tatsächlich einfach ein Antibiotikum nehmen. Sei es jetzt, weil man vielleicht irgendwie im Mund eine OP hat, Zähne, im Kiefer Probleme oder sonstige Sachen, hat eine Lungenentzündung. Ich meine, da muss man einfach ein Antibiotika nehmen. Was, wenn es gar nicht anders geht, wie wäre Ihrer Meinung nach das ideale Protokoll, wie kann ich das am besten abfedern? Also ich bin kein Antibiotika-Gegner. Ich komme ja aus der Schulmedizin und sehe eben beide Seiten. Und wenn Antibiotika notwendig sind, dann müssen die auf jeden Fall genommen werden. Was nutzt mir die gesunde Darmflora, wenn ich dann an irgendwas sterbe oder zumindest schwer krank werde? Deshalb sollten die genommen werden, aber trotzdem kritisch überlegen, ob ich bei jeder Halsentzündung Antibiotika nehmen muss. Auch eben wegen der Resistenzentwicklung natürlich. Und wenn ich Antibiotika nehmen muss, anschließend die Darmflora aufbauen. Für jede Woche Antibiotika-Einnahme mindestens vier bis acht Wochen ein Symbiotikum, also mit Pre- und Probiotika ein Präparat einnehmen. Wenn eine Möglichkeit besteht, mit einem nicht ganz so breiten Antibiotikum zu behandeln. Also es gibt Antibiotika, die haben ein relativ begrenztes Wirkungsspektrum. Die richten dann auch nicht so viel großen Schaden im Darm an. Und es gibt Antibiotika, die machen Kahlschlag. Also die erwischen ganz, ganz viele Bakteriengruppen. Und wenn der Arzt der Meinung ist, auch mit einem schmalen Spektrum Antibiotikum ist die Krankheit zu behandeln, dann sollte man das bevorzugen, weil dann ist der Schaden geringer. Und kann man ein Symbiotikum auch schon parallel zur Antibiotika-Einnahme gleichzeitig nehmen? Ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil man weiß, dass diese kombinierte Einnahme die Häufigkeit von Antibiotika-assoziierten Durchfällen durchaus reduzieren kann. Die Bakterien werden allerdings auch durch die Antibiotika in den meisten Fällen getötet. Dennoch stabilisiert ein Präparat, was auch präbiotische Ballaststoffe hat, in dieser Phase der Antibiotika-Einnahme die Darmflora. Und das tut der Darmflora insgesamt gut, erhält ihre Stabilität. Und anschließend sollte man dann mit einem Symbiotikum weiter die Darmflora aufbauen. Und gibt es da irgendwas, weil das Antibiotikum natürlich die Bakterien auch tötet, macht das Sinn oder hat das einen Einfluss, dass ich schaue, dass ich dann das Präbiotikum auch zeitlich zum Beispiel entsprechend time und möglichst weit von der Einnahme des Antibiotikums entfernt mache? Also hat das überhaupt einen Einfluss oder ist das irrelevant? Vielleicht einen geringen, also die präbiotischen Ballaststoffe, die werden ja durch das Antibiotikum nicht beeinflusst. Nein, natürlich nicht. Die kann ich sowieso nehmen. Ich möchte ja mit einem Antibiotikum einen bestimmten Wirkspiegel erreichen. Das heißt, ich nehme das Antibiotikum ja an so regelmäßigen Abständen, dass ich immer einen ausreichenden bakterientötenden Spiegel habe. Das heißt, es bringt wahrscheinlich relativ wenig, wenn ich da auf Abstände achte. Okay, macht Sinn, ja, natürlich, ja. Ja, weil man hört so Unterschiedliches, aber es ist trotzdem gut zu wissen, ja, selbst wenn das Antibiotikum natürlich auch diese guten Bakterien tötet, das hat dennoch einen positiven Effekt und ist nicht umsonst quasi, nicht beim Fenster rausgeschmissenes Geld. Genau, genau, genau. Ja, ich meine, es ist ein super spannendes Thema und wir könnten da wahrscheinlich drei Stunden drüber reden oder noch länger. Und ich möchte auch Ihre Zeit gar nicht so lange in Anspruch nehmen. Und deswegen denke ich, wir haben extrem viel abgedeckt, einen superschönen Einblick auch gegeben. Sie haben sehr schön erklärt auch, wie breit und an wie vielen Stellen eigentlich das Mikrobiom oder die Darmflora wichtig ist. Warum, denke ich, sich auch jeder darum kümmern sollte. Und das ist, es muss ja, wenn ich mit Menschen rede und denen versuche, das zu erklären und sagen viele, ja, aber ich habe eher eine gute Verdauung. Und ich denke, man sieht ja auch an dem, wo dieses Mikrobiom oder wo ein gesunder Darm überall mitspielt. Und das ist ja nicht nur um eine, um wie die Verdauung es geht, sondern wir haben einfach diese ganz vielen Aspekte mit Immunsystementzündung, wir haben Neurotransmitter, wir haben einfach, wo es möglich ist, auf Stimmung, auf Depressionen, auf Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt ja da ganz, ganz viele Aspekte, die da mit beeinflusst werden. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass sich wirklich jeder um den Darm kümmert und um die Gesundheit kümmert. Vielleicht sozusagen abschließend nochmal gerne zusammengefasst, was wären Ihre, wenn es sozusagen drei Dinge gibt, wo Sie sagen, wenn, wenn ich nichts sonst mache, aber diese drei Dinge, das muss jeder machen, das ist wie Zähneputzen, ja, was wäre das? Ernährt euch so abwechslungsreich wie möglich. Vergesst die pflanzlichen Nahrungsmittel nicht, die sind total wichtig für eure Darmflora. Lebt nicht zu hygienisch. Hygiene ist etwas, was unsere Bakterien eigentlich gar nicht gebrauchen können und was wir auch in der Evolution nie, was nie eine Rolle gespielt hat, eine große. Das heißt, wir haben uns mit unseren Bakterien im Laufe der Evolution entwickelt. Die sind wichtig. Und im Haushalt muss es nicht steril sein. Und als dritte Empfehlung, bewegt euch, weil es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Darmflora von Menschen, die Sport treiben, die sich bewegen, die zumindest jeden Tag spazieren gehen, eine gesündere ist als die von Menschen, die viel sitzen. Sehr, sehr schön, ja. Ich finde es einfach immer schön, wie dann immer eigentlich doch, man denkt zuerst, es geht vielleicht nur um Ernährung und dann kommt noch die Bewegung mit hinein und so sieht man wieder, dass das einfach immer ein holistischer Ansatz sein muss, dass man nicht nur einen Aspekt betrachten kann. Vielen lieben Dank für die Zeit, für dieses tolle Interview. Sie haben viele Bücher geschrieben. Wir werden natürlich in den Shownotes das alles verlinken. Aber wo können denn jetzt Interessierte, die von Zuhörern und Zuschauern am besten mehr über Sie erfahren, mehr von Ihnen lesen? Ja, natürlich gerne in den Büchern. Da gibt es zu bestimmten Themen, also zum Thema Gewicht gibt es das Buch Schlank mit Darm und Schlank mit Darm Kochbuch und zur Psyche gibt es Schlau mit Darm und zur Haut und Allergien gibt es Schön mit Darm. Also für unterschiedliche Bereiche gibt es unterschiedliche Bücher. Da gibt es auch Listen drin mit Präbiotika, Probiotika, was wann hilft und was ich wann am besten anwenden soll. Dann gibt es eine Seite, die heißt gesund mit Darm, also www.gesund-mit-darm.de. Da werden immer aktuelle Themen vorgestellt aus dem ganzen breiten Spektrum der Darmflora. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Meine gesunde Darmflora. Und da findet ein ganz reger Austausch statt. Also da sind viele Menschen drin, die sich mit dem Thema Darmflora beschäftigen, aber auch solche, die eben einfach selber Probleme haben. Man kann Fragen stellen, die werden dann von der Community ganz eifrig auch beantwortet. Und ich kommentiere dann auch nochmal. Super. Ja, da werde ich natürlich drauf hinweisen und alles verlinken. Und damit sage ich herzlichen Dank nochmal für das Interview und für die Zeit und hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.